Immer wieder rufen mich selbsternannte Internetmarketer an und die meisten haben stets dasselbe Problem. Ihr Online-Shop kommt einfach nicht aus den Puschen. Woran liegt das nur, Herr Rademacher? Werde ich dann gefragt. Was soll ich nur machen? Meistens genügt ein Blick auf diese Internetverkaufspräsenz, um das Übel zu erkennen. Entweder sind die Texte Schrott oder sie fehlen sogar ganz. Diese Textverächter verlassen sich fatalerweise darauf, dass ein schönes Shop-Layout und klasse Bilder alleine schon ausreichen, um die Besucher zum Kauf zu animieren. Weit gefehlt. Grafiken schafft Stimmung, aber Texte schafft Umsatz. Lassen Sie sich daher helfen. Von meinem Ratgeber federleicht lebendig schreiben. Lernen Sie die Kunst, verkaufsstarke Texte selbst aus der Tastatur zu locken. Sparen Sie sich hohe Kosten für externe Textspezialisten und machen Sie aus Ihren E-Mail-Links und Prospekten umsatzfördernde Kundenmagnete. Kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher 1 1 2 1 2 2 1 2 3 4 5 5